My house is in Windsor Street in London. Mein Haus ist in der Windsorstraße in London. Damit du auf Englisch über dein Zuhause sprechen kannst, brauchst du einige neue Vokabeln. Wie die heißen, erkläre ich dir in diesem Video. Das ist mein Haus. My house. There are two floors and five rooms. Das Haus hat zwei Stockwerke und fünf Zimmer. There is a living room, also ein Wohnzimmer. There is a kitchen, eine Küche. There is a bathroom, ein Badezimmer. There are two bedrooms. Es gibt zwei Schlafzimmer. Eines dieser Schlafzimmer ist mein Zimmer. Und das schauen wir uns deshalb mal genauer an. Auf dem Schreibtisch ist eine Lampe und ein Computer. There is a wardrobe, ein Kleiderschrank. There are two shelves, zwei Regale. And there are books on the shelves. Auf den Regalen sind Bücher. Hier noch einmal die wichtigsten Vokabeln im Überblick. Mit diesen Wörtern kannst du jetzt die Räume deines Zuhauses beschreiben. Schreiben. Untertitelung. BR 2018